Oh yeah! Ja, ich habe mich kurz verfahren, ich habe nämlich das Ballettzentrum in Frankfurt gesucht, ich wollte an meiner Beinarbeit arbeiten und ja, aber das Ballettzentrum ist tatsächlich eine Straße weiter. Ich habe mich da verfahren und bin im MMA-Spirit gelandet. So Leute, willkommen zu einem neuen Sparringsvlog, mitten in meiner Vorbereitung. Ihr schaut euch das Sparring an, danach bin ich weg und wir sehen uns direkt wieder in Polen. Übrigens, von diesem Trainingstag, wo die alle Sparring und Training machen und so, habe ich auch komplett alles aufgenommen, da wird es von mir auch einen Vlog geben oder einen Ausschnitt in meinem Vlog. Ich stand ja da und habe denen zwei Stunden beim Training zugeschaut, aber hat auch richtig viel Spaß gemacht. Ihr habt euch gestern doch schon geschlagen, was willst du denn jetzt nochmal hier? Ich will alle anderen noch herausfordern. Da sind doch mindestens zwölf Leute oben, wie willst du denn alle umhauen? Das kriege ich schon hin, ich habe doch mein Geheimmittel von gestern noch dabei. Das mache ich, mache ich und dann habe ich wieder Luft. Ich habe einfach Bock, ein bisschen die Leute beim Training ein bisschen zu beobachten, ja. Einfach mit denen natürlich quatschen, auch für unseren Work ein paar Aufnahmen zu machen. Das geht ab. Aber wie so braun aus auf einmal. Ey, sagt mir, was ihr wollt. Übelst sympathisch, dieser Glatzkopf. Ich weiß nicht, warum, ich weiß echt nicht, wieso mich die Leute immer anschauen und sagen so, ey, der Typ ist voll unsympathisch und so. Seien wir doch mal ehrlich, Junge. Wie kann man den denn anschauen und sagen, dass der unsympathisch ist? Verstehe ich nicht. Schaut mal, schaut mal, schaut mal, schaut mal. Komm, schaut mal, wie ich da erstmal anspaziere, ja. Schaut mal. Ihr habt euch gestern doch schon geschlagen. Was willst du denn jetzt nochmal hier? Ich will alle anderen noch herausfordern. Da sind ja mindestens zwölf Leute oben. Wie willst du denn alle umhauen? Das kriege ich schon hin. Ich habe doch mein Geheimmittel von gestern noch dabei. Das mache ich, mache ich und dann habe ich wieder Luft. Ich habe einfach Bock, ein bisschen die Leute beim Training ein bisschen zu beobachten, ja. Einfach mit denen natürlich quatschen, auch für unseren Work ein paar Aufnahmen zu machen. Das geht ab. Aber wie so braun aus auf einmal. Was? Vor der Kamera wirkst du irgendwie anders. Schwer zu beschreiben. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Wie meinst du das? Vor der Kamera wirklich anders. Ich bin doch immer vor der Kamera. Ich bin doch jetzt genauso vor der Kamera. Ich war gestern im Solarium acht Stunden. Stefan, was ist heute zu erwarten? Gutes Sparring, vorletztes Sparring. Nächsten Freitag ist Abschluss Sparring. Das umsetzen, was wir in der Woche trainiert haben. Sehr schöne Motorrad hast du, ja? Vielen Dank, Bruni. Was kostet dieser Motorrad? Was kostet du momentan zehn? Was hast du gemacht? Schutzgeld? Aber meine Frisur war vorhin auch so, als du mich gefilmt hast. Ja, das ist ja unverändert. Nö, nö, alles gut. Mal Zeit für den Frisur langsam. Ja, vor der Kamera in den Videos bist du anders. Dein Auftreten, wie du redest. Ja, wovon redest du? Ich bin doch immer vor der Kamera in den Videos. Von welchen Videos redest du? Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ich bin doch jeden Tag auch immer in Videos. Ich verstehe es gerade nicht. Auf einem anderen Kanal. Also dich mal auf einem anderen Kanal zu sehen. Mal draußen aus der Ferne. So meinte ich. Okay, also ihr verwirrt mich auf jeden Fall ein bisschen. Ich verstehe es nicht, weil ich bin doch immer irgendwie vor der Kamera. Aber kann sein, dass ich, wenn ich nicht im Stream bin oder nicht bei mir zu Hause bin, dass ich da irgendwie anders wirke. Eigene Videos bist du anders als in anderen Videos. Okay, Junge. Es ist, als würde man dich draußen treffen, ist irgendwie ein anderer Flow. Er meinte es, glaube ich, so, dass man wirklich das Gefühl hat, dich draußen zu sehen. Ich schwöre es euch. Ich bin voll verwirrt. Ich weiß nicht, was ihr von mir wollt. Egal. Egal, machen wir weiter. Die gute alte Ikea-Tüle. Die beste, oder? Antifaktuell. Biologisch abbaubar. Ja, bitte? Sieht draußen viel breiter aus, als im Nacken von Edmund verglichen. Mit was für einem Gegenstand hast du vorhin den Nacken von Edmund verglichen? Ey, Edmund hat einen richtigen Monsterhals. Ein Meter Tiefbaurohr. Von der Bauch. Geil. Das hat er mir original gestern gesagt. Er hat, äh, nicht gestern, als ich da war beim Sparring. Der Stefan hat zu mir gesagt, Edmund, ich habe früher auf dem Bau gearbeitet und da haben wir so Wasserleitungen verlegt. Und die waren halt so dick und dein Hals ist gefühlt genauso dick, ja. Der hat gesagt, kein Wunder, dass du durch die ganzen, äh, durch die ganzen Schläge durchmarschierst wie so ein Panzer. Einfach Monsterhals hat er mich genannt. Geil. Ich hatte Mittwoch mal einen Abschluss, Sparring. Was ist denn deine Mission hier? Kommentieren. Zuschauen. Kritisieren. Lachen. Und dann warte ich auf Stefan. Ich will Stefan richtig abpacken. Das ist der einzige Grund, warum ich hergekommen bin. Haben wir natürlich auch wegen Weltklasse Sparring. Das ist der einzige Grund, warum ich hier bin. Gute Aktionen, was man bis jetzt sieht. Also ich glaube, ähm, der Kollege hat auf jeden Fall ein bisschen Massevorteil dem Christian gegenüber. Ich würde mal sagen, dass er schon definitiv an die 100 Kilogramm kratzt, wenn nicht sogar so eher Richtung 105 Kilogramm ungefähr. Würde ich mal behaupten. Mach auf jeden Fall echt gut Druck. Ja, merkt man. Aber so von der Größe her ist er dem Christian ebenbürtig, wenn nicht sogar ein bisschen größer. Und auf jeden Fall so das, ähm, das, das, das Gewicht der Massevorteil ist auf jeden Fall auf seiner Seite. Dadurch ist es auch wesentlich leichter, nochmal einen größeren Druck aufzubauen auf den Christian. Macht er echt stark. Ja, war gut, Samy. Habt ihr gesehen, Samy? Das ist ein Monster, unser Thai-Box-Trainer. Brutal. Aber alles gut. Ich bin auf einem guten Weg. Finde ich gut, nicht kaputt. Schon alles in Ordnung. Der Trainer, ne, der hat die Jungs richtig im Griff, ohne Witz. Da macht keiner irgendwelche Faxen, wenn er was sagt, wo ich live dabei war. Wenn er sagt, ey Jungs, beeilt euch, macht das, das, das. Die machen alle sofort. Das, so sollte ein Trainer wirklich sein, muss ich ehrlich sagen, ja. Der hat wirklich alle Leute, die dort trainieren, absolut im Griff. Und jeder macht das, was er sagt. Die haben absoluten Respekt vor dem Mann. Und das merkt man. Ah ja, das war's gut. Oh, der ging richtig in die Eier. Uff, 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 uff. Der ging richtig in die Eier. Moment, schauen wir mal, ob wir den Moment erwischen. Stefan hat keinen Tiefschutz an, sieht man. Und pa! Perfekt in die Nüsse. Kurzen Nussknacker einfach gespielt. Oh. Ich weiß nicht, ob der Stefan Kinderplanungen hatte, aber die musste er jetzt vielleicht ein paar Monate nach hinten schieben. Weil ich glaube, ah. Ich glaube, da ist auf jeden Fall einiges kaputt gegangen in dem Moment. Ja, Leute, das war der Spannungsblock jetzt. Wir sind zum Ende gekommen. Vielen Dank an Samir Al-Mansouri. Los, danke. Wie immer, wir sind schon über 13 Jahre auch zusammen. Trainieren oft zusammen. Hilft mir jetzt in der Vorbereitung sehr. Und ja, habt ihr ja im Spannung gesehen. Das ist eine Vollmaschine. Vielen Dank, Samir. Das ist alles. Stabiler Typ, dieser Samir, ja. Was ich bis jetzt gesehen habe von ihm, war richtig, richtig stark. Gute Hände, gute Kicks, guter Druck, den er gemacht hat.